welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren folge wrc generations heute geht es wieder rein in eine weitere siegreiche portugal rally speicher den bums spiel speicher ist wir nehmen die software mit wie gesagt entfernen und wir gehen ein adi die gute stage ja 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 da brauche ich drei buch als zwei bust reifen passen je rein zwei los rechts über schotter in rechts fünf und links vier kurz in achtung rechts sechs scharf bremsen in hama links links vier in rechts vier kurz verengung schade ein bisschen gehofft dass ich da in einen fels kommen der mich dann noch rumwirft und recht perfekt für die kurve leicht schneiden leicht und rechts hier wird wirklich ein cutting paradise und rechts drei links vier in rechts drei nicht schneiden und links fünf lang macht zu vier und rechts fünf verengung und rechts drei links drei nicht schneiden und rechts drei kurz und links vier und rechts drei 80 links vier macht zu in rechts fünf 200 scharf bremsen rechts eins nicht schneiden und links fünf kurz in scharf rechts nicht schneiden und links fünf macht zu fels innen in rechts sechs lang oh gott das ist das ist das alles zu gut in wievie sekunden verleg ich meinen reifen das läuft zu gut über kuppe fels innen in rechts sechs lang übersprungen und links vier leicht schneiden fels außen 150 überkuppe komm schon konzentration konzentration konzentriere mich Jeff beruhig dich Links 5 macht zu und rechts 5 mittel. Und links voll, überkuppel, mittig halten, in rechts 5 sehr lang. Und Achtung, links 5 scharf bremsen, scharfe Haarnadel links schneiden. In rechts 5 bergab, 100. Ich hab zwar zweimal getippt, die Handbremse. Links 4 und rechts 6 lang, macht zu, 80. Links 5 mittel, 200. Oh Gott. Rechts 5 verengt, 250. Links 6 mittel und scharfe Haarnadel links schneiden. Schnell fahren, aber vorsichtig fahren. Und rechts 3 in links 4. In rechts 4 mittel, in links 5. Steine, oh Gott. In rechts 5 macht zu, 4 Mauer außen und links 5 macht zu, 30. Schade, ich hab so auf den Tab hinten links gehofft. Ich habe so auf den Tab hinten links gehofft. Der kam nicht und dann, naja, bin ich an der Rechtsgegen gefahren. Schade, schade. Links 4 kurz, in rechts 3 kurz, 80. Links 4, Verengung nicht schneiden. In rechts 4 mittel, macht zu. In links 3, in rechts 4 macht auf. Verengung, 80. Tapp, da war er. Rechts 3 lang, in links 6. Und rechts 5 kurz, scharf bremsen. In links 1 kurz, Überbrücke. In links 1 kurz, 100. Rechts 5 innen halten, links 5 macht zu, 100. Rechts 4, in rechts 4 leicht schneiden. In links 5 macht zu. Weg mit der Werbung. Weg mit den Pflanzen. Kein Mensch braucht Pflanzen. Rechts voll, in links 4 mittel, 30. Achtung, rechts 2, in links 3 lang, uneben. Oh, ich hab mich ein bisschen die Kuhle festgehalten. In links 3 uneben und links 3 nicht schneiden. Rechts 2 leicht schneiden und links 2 mittel, Verengung. Okay, von Kuhle zu Kuhle rüber ich hier rüber. Oh, oh, Menschen, 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 Menschen. In Achtung, links 2 macht auf, über Asphalt 50. Bremsen, in Haarnadel rechts, Überschotter. Und links 4, in Achtung, links 3. Links 2 macht zu, 80. Rechts 4 lang, in rechts 500. Achtung, links 3 macht zu, innen halten. Und rechts 5. Und links 4 kurz, in rechts 4 nicht schneiden. In links 3 leicht schneiden. In rechts 5, in links 6 sehr lang. Bremsen, in rechts 5 macht zu, rechts halten. Hm, ein bisschen zu viel gelenkt. Und Achtung, großer Sprung rechts halten. Wer kam? Achtung, rechts 4. Nee, doch, nicht, ich hab Angst. Aaaaaah. Und rechts 4 leicht schneiden, in vier. Was ist denn mit unserer Front passiert? Achso, ja, stimmt. Da war ja ein bisschen, ein bisschen was dagegen gekommen. Ein bisschen Fels. Obwohl, nee. Es müsste Zaun sein, an der Seite. Ich bin links vorne, ich glaube, an den Zaun gekommen. Äh, zu lang her. Trotzdem 21 Sekunden rausgeholt. Ach, du jemini. Hier holen wir die Minute. Die Zeps dieser Welt auf 32 sind es am Warten. Mit 32, nee, mit 37 Sekunden Vorsprung. Was hier nochmal schön im Sonnenuntergangs-Flair. Reifen wirklich perfekt abgenutzt. Wobei ich sagen würde, hier, komm. Die guten nach vorn, die schlechten nach hinten. Für rot, tot, 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 ein bisschen quer. Oh Gott, hier durch die Steil gefahren. Auf geht's. 80, links, 4 in rechts, 6 kurz. In links, 4 kurz und links, 4 innen halten, 100. Rechts, 2 Baum, innen und rechts, 5 kurz, Fels, innenverengung. Oh, guter Bounce. Und links, 3 macht auf, lang. In links, 5 und Kuppel, mittig halten, 50. Rechts, 4 nicht schneiden und links, 5 kurz, 80. Achtung, rechts, 4 Baum, innen, Verengung durch Tor, 150. Links, 6 scharf bremsen, in scharf rechts, sehr eng, Baum, innen, 30. Scharf rechts, Baum, innen, 150, uneben. Oh, dicker Daumen, kommt auf Kreisfahrenbremse und Dreieck, viel zurücksetzen, gleichzeitig. Links, 4 kurz, Felsaußen, 70 und rechts, 50. Felsaußen, check. Bestätige, der ist da. 200, Verengung. Links, 5 in rechts, 400. Oh, und auch dieser Fels. Oh, das war gut gerettet. Gerettet, dat, 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 dat. Rechts, 4 nicht schneiden, 50. Links, 4 nicht schneiden, 30. Wollte ich einmal ein bisschen angasen. Direkt, äh, Code Brown. Oh Gott. Links, 4 in Knoten, 50, 80. Links, 3, 120. Rechts, 2 in links, 3, Verengung, 100. Links, 2 leicht schneiden und rechts, 4, Verengung in rechts, 5, 80, mittig halten. Scharf bremsen für Knoten, Verengung und rechts, 1, mittel in links, 4. Und rechts, 1, mittel in links, 4. Und links, 3, innen halten, rechts, 5. In links, 4, kurz in links, 5, Übersprung, 5, 5, 5, 4. Viel früher bremsen müssen. So weit nach vorne gerutscht. Kein Temp, kein Scam. Oh Gott. Jetzt zu stark gebremst. Treifen blockiert. Oh. Aber kein guter Abschnitt. Ich dachte, ich könnte die Fimperkurve anfangen wie eine Fimperkurve. Ich habe mich getäuscht. Rechts 3 in links 4, Verengung 100. Links 3 in rechts voll, 80. Jetzt zu stark gebremst. Vielleicht wieder geradeaus durchgerutscht. Rechts 5 macht zu 4 sehr lang. Und Achtung, scharf bremsen für Haarnadel links. Und der Bounce. Links 3 kurz in links 2 macht auf, 100. Links 2 innen halten. In rechts 5 über Bodenwelle, in links 4, 80. Da war wieder ein Stein in der Luft, by the way. Rechts 3 und rechts 4 über Kuppen. Sonst ohne Bremse wäre ich da richtig schön gegen die Leitplanke gekachelt. Scharf bremsen, scharfer Haarnadel rechts, nicht schneiden, 100. Wow, dass das geklappt hat. Damit konnte ich aber wirklich keine rechnen. Achtung, rechts 2 eingangs nicht schneiden. Durch Wasser und scharf links nicht schneiden, 80. Links 4 kurz, nicht schneiden. In rechts 3, nicht schneiden, 80. Links 4 kurz, nicht schneiden, 120, uneben. Knoten in links 5 lang, macht zu, 150. What? What, 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 what? Wie geht's dir? What? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass da eine große Auslaufzone ist. Wie diese große Parkplatz-Area bei der Kroatien-Rallye. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das wieder so eskaliert. Sehr gut. Oh, wo ist unser Spoiler? Wo ist der denn hin? Das Gute ist, wir haben den Quatsch im letzten Sektor gemacht. Das heißt, ich kann jetzt schön aussteigen und den Spoiler holen. Äh, ja gut, 5 Sekunden dahinter. Karl hat tatsächlich Punkte aufgeholt. Übrigens, ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Hack-Spoiler verloren habe. Laut Replay hatte ich den schon verloren, äh, bevor ich mein Auto zum kontrollierten Überschlag gebracht habe. Ähm, oh Gott, morgen. Morgen ist es schon soweit. 20 Kilometerchen. Äh, unser Auto kriegt das die 20 Kilometerchen hin? Yes, 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 yes. Easy. Schneck. Geil. Dann würde ich mal sagen, morgen. Hat es übernommen? Yes. Morgen. Mit einem richtigen Setup. Nämlich Bremsverlust auf 70. Bye, have a great time. Vielleicht Sunny. Oder наверное ... ...